Wenn du mit deinem Vertrieb erfolgreich werden möchtest, dann musst du darauf achten, dass Marketing und Vertrieb bei dir vernünftig zusammenspielen. Wir werden heute einmal einen Blick darauf werfen, wie das Ganze funktioniert und ich würde sagen, let's go! So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute einmal einen Blick darauf werfen, wie können Vertrieb und Marketing vernünftig zusammenarbeiten, was gibt es dabei zu beachten. Und ja, mein Kollege fängt an mit dem ersten Punkt. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Auswertungen aus dem Marketing im Vertrieb auch ankommen. Das heißt, was läuft überhaupt? Wie kommen überhaupt die Anfragen aktuell rein? Und aus welchen Anfragen kommt überhaupt das Geld am Ende raus? Du kannst ja unendlich viel Marketing machen, unendlich viel Geld reinbuttern in verschiedene Anzeigen und sagen wir mal, am Ende machst du eine Auswertung und die eine Ad bringt dir oder die eine Anzeige bringt dir oder kostet dich 100 Euro. Das ist jetzt einfach mal so ein Richtwert, kostet dich 100 Euro und die andere nur 20 oder 30. Und am Ende machst du deine Auswertung und die schönere Ad ist vielleicht die für 20, da tragen sich mehr Leute ein. Und am Ende kommt dabei raus, bei deiner Auswertung, sie hat gar nicht so viele Abschlüsse gebracht. Das heißt, du hast ausgewertet aus der Analyse, was dabei rauskam und Bild 2, das 100 Euro aber gekostet hat, hat dann aber 100 Euro pro Lead gekostet und hat dann aber zu drei, vier Abschlüssen gebracht. Das heißt, was ist die Message daraus? Nicht das schönste Marketing gewinnt, sondern das effektivste. Und diese Kommunikation natürlich zwischen Marketing und Vertrieb ist besonders wichtig, weil das Marketing per se würde dann am Ende immer darauf ausgehen, dass da haben wir den günstigeren Lead vielleicht. Wir versuchen da so günstig wie möglich dabei wegzukommen und das sieht gut aus, wird aufgeklickt und der Vertrieb kann das danach erst nicht auswerten, kann daraus nichts machen, keinen Umsatz generieren. Das bringt es alles nicht. Deswegen ist diese Kommunikation ganz wichtig. Und wenn am Ende das 100 Euro Lead-Bild mehr Umsatz bringt, dann ist es trotzdem sehr, sehr sinnvoll, da mehr Geld reinzustecken, auch wenn der Lead im ersten Moment vielleicht sehr, sehr teuer wirkt. Und das ist letztendlich nur möglich, wenn Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten, eine vernünftige Analyse auch regelmäßig gemacht wird. Und vielleicht ist auch nicht immer das schönste Bild das effektivste, deswegen testet viel rum und Lead-Preis ist nicht gleich Erfolg. Ganz wichtiger Punkt, erst Analysen durchführen, Auswertungen durchführen und dann erst den Lead-Preis bewerten. Ja, vielen Dank für den Punkt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der nächste Punkt, über den ich kurz sprechen möchte, ist mal ganz allgemein gesagt einfach Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing. Das ist natürlich, ich sage mal vom Ding her, das Normalste, was man machen sollte oder auch das Einfachste. Aber ich gebe dir vielleicht mal so ein paar Beispiele mit, was man da machen kann oder was sinnvoll ist. Und der erste Punkt sind natürlich Werbung, Werbung, Werbeanzeigen selber. So, weil letzten Endes ist es so, musst du dir vorstellen, in den allermeisten Fällen holt der Vertrieb den Interessenten da ab, wo er vom Marketing abgestellt wird. Ja, das heißt, mein Marketing transportiert eine gewisse Botschaft, entweder eine völlig neutrale Botschaft oder eine Aktion oder irgendwas Bestimmtes, irgendein Jubiläum oder sowas in der Richtung und der Vertrieb holt jetzt halt die Adresse da ab, wo sie generiert wird. Und es ist absolut ratsam, an diese Marketingbotschaft anzuknüpfen. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Referenzkundenaktion schaltest oder irgendeine andere Form von Aktion, dann ist es sinnvoll, wenn der Vertrieb auf diese Aktion im Erstgespräch vielleicht eingeht. Ja, weil du musst es dir so vorstellen, der Interessent da draußen trägt sich ein, der sieht deine Werbeanzeige, trägt sich ein, hinterlässt seine Kontaktinformationen und danach passiert vielleicht erstmal nichts, je nachdem, wie schnell der Vertrieb natürlich ist, aber manchmal vergeht vielleicht auch ein Tag. So, und in der Zeit, die die Person andere Werbeanzeigen hat, das heißt, sie hat andere Bilder im Kopf, sie hat andere Eindrücke auf der Werbeplattform gesammelt, sie hat vielleicht auch andere Aktionen von einem gleichen Produkt, von einem anderen Hersteller oder Anbieter gesehen und letzten Endes kannst du halt mit dem Vertrieb die Person jetzt quasi da rausholen, indem du wieder auf das eingehst, was sie zuletzt gesehen hat. Also eigentlich ganz simpel. Das Ganze funktioniert auch in die andere Richtung, das heißt, der Vertrieb muss ja auch letzten Endes weitergeben, was er hört, was er direkt quasi aus der Kundenhand mitbekommt, weil der Vertrieb ist am nächsten an den Kunden dran, was die Abteilung im Unternehmen einfach angeht. Und deswegen muss man vielleicht auch da einfach mal gucken, okay, was läuft denn jetzt vertrieblich ganz gut? Also ein Beispiel, was wir so von unserem Kunden auch schon mal gehört haben, ist eigentlich auch ganz, ganz praxisnah. Der Kunde hatte einen Verkäufer für Haustüren, einen Verkäufer für Terrassendächer. So, jetzt war es so, durch den Krankheitsfall ist der Verkäufer für die Terrassendächer sehr, sehr lange ausgefallen und der Haustürnverkäufer hat auf einmal beide Anfragen bekommen, also für Dächer und für Haustüren. Hat natürlich nicht funktioniert. So, und wenn ich aber vernünftiges Marketing mache, was ich voneinander trenne, wo ich einmal das Ziel habe, Haustürenanfragen zu generieren und einmal das Ziel habe, Anfragen für Dächer zu generieren, kann ich diese Werbekampagne einfach ausschalten und hatte nur noch Anfragen für Haustüren übrig. Also eigentlich ganz simpel. Genau, das sind nur so ein paar Beispiele. Ich denke, der Punkt sollte damit klar geworden sein. Gut, das war es mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen. Vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren, dann bekommst du die automatischen nächsten Videos gleich von uns mitgeteilt. Viel Spaß bei den nächsten Videos und bis dahin. Ciao.